Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Sneak Peaks zum kommenden Juni-Update bei Clash of Clans und wie erwartet wurde ein neuer dunkler Zauber vorgestellt und zwar der Earthquake bzw. der Erdbeben-Spell-Zauber. Dieser Zauber macht im Gegensatz zum Poison-Spell genau das Gegenteil eigentlich, er attackiert sämtliche feindliche Mauern und Gebäude. Dabei macht er einen bestimmten Prozentsatz an Damage, er macht gegen das Town Hall zum Beispiel total mehr Damage als gegen eine Bauhütte. Wie viel Damage genau das ist, weiß man noch nicht, ich verlinke euch ein Video dazu unten in der Videobeschreibung, da seht ihr ihn in Action. Meiner Meinung nach ist es bis jetzt der uninteressanteste Spell, könnte allerdings in Kombination mit Blitzen dafür sorgen, dass man auf die Art und Weise ein bestimmtes Gebäude ausräumen kann, ohne direkt noch einen Blitz mitzunehmen. Nur ne Idee. Oder man nimmt nur Blitze mit und einen Earthquake und kann dadurch direkt zwei Gebäude ausräumen, wo es normalerweise nicht ganz gereicht hätte. Vielleicht bei nahestehenden Luftdaten wären interessant. Wir werden sehen, wir müssen abwarten, wie sich dadurch das Gameplay verändert. Eine weitere Sache, das hatten wir auch schon alle vermutet, Lager kann man nicht mehr blitzen. Ja, Lager sind unblitzbar, es wurde jetzt bestätigt. Link dazu auch in der Videobeschreibung natürlich. Ähm, weder durch Blitzen noch durch Erdbeben kann man Schaden an Lagern machen, weder Gold, Elixier noch dunklem Lager. An Sammlern ändert sich nichts, das heißt dunkle Sammler, äh dunkle, ja doch, dunkle Elixierbohrer kann man theoretisch immer noch blitzen, wenn sie voll und in der Mitte sind. Ob dafür für diese seltene Gelegenheit es sich lohnt, Blitze mitzunehmen, muss jeder von euch wissen. Ich freue mich riesig drüber. Ich wurde immer nur geblitzt und habe sehr, sehr, sehr selten mal geblitzt. Nur bei Rathausam, ähm, mit Teslen verbombt und sowas. Für mich ist das gut. Ich werde dann in Zukunft wahrscheinlich bei Lazy Farming irgendwie zum Beispiel zwei Heil, zwei Sprung und einen Wut mitnehmen. Dazu dann noch ein Poison Spell in der dunklen Fabrik, das passt dann gut, dann hat man immer genau das, was man braucht. Mal gucken, was das so gibt. Eine weitere kleine Ankündigung ist, dass man jetzt den Clan-Chat filtern kann. Meine Theorie ist, dass böse Wörter, in Anführungsstrichen, auch im Clan-Chat nicht mehr benutzt werden können, quasi wie im normalen Global-Chat, das da dann zensiert wird. Andere Leute meinen, das heißt, dass keine Werbung mehr im Global passieren kann. Meiner Meinung nach geht das aber nicht aus dem Text hervor. Ich bin gespannt. Ich denke, der nächste Zauber, der Haste-Zauber, der morgen vorgestellt wird, wird dann das letzte Sneak-Peak sein. Eventuell kommt das Update schon morgen. Einige von euch haben das gesagt, es kommt Dienstag. Meiner Meinung nach könnte es auch Mittwoch kommen. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Eure Kommentare dazu, wie immer, in die Comments. Bis morgen.